Hallo, heute ist ein neues Match Play done, ein neues Format, das nennt sich Retro, und es wird gezeugt für die Leute, die eventuell noch nicht raus von tun, im Titel Final Fantasy 7, das ist ein neues Projekt von mir, das ist ganz einfach erklärt, ich denke, auf jeden Fall, dass ich Final Fantasy 7 kenne, über Steam, und, äh, ich dachte, ich will zucken, und ich spiele dafür, dass sie das einfach gut machen, denn ich darf vor allem das Ganze, das könnte aus der, ähm, Air den 20. Oktober erst, und dann könnt ihr, äh, zweimal eine Woche da draussen, dann könnt ihr Freude draussen, und dann, wenn man ein wenig Essen hat, wenn man ein wenig Essen hat, dann kommst du raus, Ich hoffe, das Ganze gefällt erst. Dann, ähm, die Litwisch-Gewiel-Tun aus, äh, auch die Litwö-Falli-Fantasy. Schaut doch noch, ob die ersten Spielkindinnen wollen. Dann, als eine Erklärung nach, wo ich da so hin. Natürlich, Spiel nicht im Computer. Eine klassische Version. Spiel nicht, Spiel nicht, Spiel nicht, Spiel nicht, Spiel nicht. Dann, ähm, der Reiz darin ist, ich will gucken, ob ich einen Krieg kriege, weil es schon schon so gut ist. Und ich hoffe wirklich, dass ihr euch gefällt den ganzen. Total, zum Beispiel, aus dem ersten Trailer, ganz am Anfang, und ich bin zurechtgeschrieben, und dann noch wieder nach Fotoern. Und dann muss ich bis zum Schluss. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr euch gefällt. Ähm, ab dem, da schluck ein Dummy-Zone rein. Ich hoffe, es war schon für mich, das ist mir egal. Und am 15. Dezember, bis der Ausgang des Jahres, weil es größte, wie man es schon mal gesagt hat, manche nur Final Fantasy VII. Das ist dann, ähm, alles wird los. Star Wars wird normalerweise ein bisschen, das ist schon klar, genau. Ähm, von einer Profession bis weiter. Das wird euch dann nächstes Jahr angemacht. Aber hier könnt ihr dann noch den Matchplay Retro Final Fantasy VII hören. Und dann hoffe ich, ihr gefällt euch. Und dann, have a nice day. Bye. Empty and alone We'll be right back We'll be right back We'll be right back We'll be right back